Ich arbeite seit anderthalb Jahren hier in der Notaufnahme. Wir haben flache Hierarchien. Hier sind wir alle per Du, auch mit den Chef- oder Oberärzten. Wenn ein Problem da ist, kommen wir direkt aufeinander zu und dann bekommt man die Hilfe, die man braucht. Wir sind kollegial. Im Team sind wir nicht nur Kolleginnen und Kollegen, sondern auch befreundet. Wir verbringen regelmäßig Zeit miteinander auf einer Feierabend. Wir sind familiär. Untertitelung des ZDF für funk, 2017